Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, also Leder ist schon einmal eine ganz gute Einschätzung. Das ist das sogenannte Stockleder. Das Stockleder gewinnt man aus dem Innenbereich der Lerche, aber nicht nur der Lerche. Aber ganz oft ist es eben in sehr dicken Lerchen drinnen. Und das ist nichts anderes als ein Pilz. Das Stockleder, hat man gesagt, fällt in keinen Rucksack von einem Holzknecht. Da hat man Streifen von dem Stockleder aufgeschnitten, wie eine Pflasterle, und hat es auf die offene Wunde draufgetan. Es ist zum einen saugend, das merkt man, wenn man es umgreift. Zum anderen eben blutstillend dadurch, aber auch desinfizierend.